guten morgen mein freund schön dass du da bist heute gehen wir ein bisschen an ein bisschen abenteuer ich habe keine ahnung wo wir gehen aber wir gehen richtung also ja richtung richtung etlingen und noch weiter also los geht's ein klingel da und ein klingel wie schön ist das hallo nochmal so dieses bahn geht zum bad herrenalp der war ein schild hier steht kurort und dieses jetzt ist kurpark und glaube ich kurort das ist kaum city das denke ich keine ahnung bisschen regent kommt heute und es ist bisschen bewölkt heute auch aber guck mal na wie schön ist das und ich habe diese idee zum hier kommen und oder nur ein abenteuer mit finde ich war es keine ahnung kann vielleicht etwas neue zum essen und und ja bisschen adventure aber die die bahn beendet hier und ja das ist sehr schön aber ich glaube kurort das existiert nicht in den usa glaube ich nicht wir haben kein stadt das steht kurort quiet city und hier ist bad herrenalp herrenalp glaube ich und bad bedeutet ich glaube kann ich wenn ich nicht sicher also wenn ich falsch sind dann bis dann bitte in die kommentare unten schreibt mir und korrigiere ich mich korrigiere mich danke danke aber ich glaube bad bedeutet ein spring wasser und ich kann das water spring und das ist wo dieses wasser kommt aus glaube ich noch mal bin ich nicht sicher aber hier ist ja kannst du mir hinten mehr sehen wie schön und das ist nur dieses hier ist nur kleine park aber hier ist sehr schön aber ja glaube ich das core ort existiert nicht in den usa weißt du das ja keine ahnung okay jetzt gehe ich und hoffentlich kann ich etwas zum essen finden aber ja okay bis gleich okay 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 das war bisschen komisch aus habe ich nicht ein restaurant oder so kaffee und so in bad herrenalp aber bin ich zurück und jetzt bin ich im karlsruhe bei pizza solo de oro probiere ich eine echte thunfischpizza also das freut mich ist da und das sieht sehr gut aus ehrlich muss ich sagen dass und das riecht gut und guck mal ich mag das wenn es so wie heißt das man wenn das wenn ich hier es ist nicht verbrannt aber es ist gut und guckt und das sieht sehr gut aus und das riecht das riecht echt lecker wow das ist lecker muss ich sagen dass früher war dass das gefroren das habe ich probiert das war nicht so gut nee nee tut mir leid das war gut aber nicht richtig frisch thunfischpizza gut guck mal das riecht gut das käse ist gut tomatensoße ist gut ist es sehr sehr warm so habe ich gesagt in den usa habe ich noch nie ein thunfischpizza gesehen never aber das ist echt gut aber bin ich auch ein bisschen chicagoer und muss ich mit meinen handen essen das ist das ist wie man ist ein pizza in chicago das ist komplett unterschied zwischen das gefroren aber viel vielen dank für dieses video zuschauen und dann dieses abenteuer mit mir kommen das war schön ich wünsche euch keine wunderschöne zum anderen tschüss